Heute hat die Allgemeine Zeitung in Mainz wieder ihre Aktion Leser helfen auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt gemacht. Wir haben gemeinsam mit 05-Manager Christian Heidel Glühwein verkauft. Auch Bernd Koslowski, Mitglied der Geschäftsleitung der Verlagsgruppe Rhein-Main war dabei. Herr Koslowski, können Sie uns ein paar Takte zu Leser helfen erzählen, wie es zustande gekommen ist und auch für was in diesem Jahr das Geld zur Verfügung gestellt wird? Also die Ursprungsidee war eigentlich mal eine karikative Einrichtung in der Region zu unterstützen, weil man muss nicht immer in die Ferne schweifen. Es gibt auch genug Not, die es hier vor Ort zu lindern gilt. Seit 1992 gibt es diese Aktion und wir sammeln eigentlich so Jahr für Jahr um die 200.000 Euro in der Weihnachtszeit ein für einen guten Zweck. Dieses Jahr für das Tierheim, weil gerade in der Weihnachtszeit erlebt man immer wieder, dass Tiere verschenkt werden, die eigentlich keiner möchte. Dann ist das Tierheim hinterher umso voller und von daher brauchen die auch unsere Unterstützung. Christian Heidel, Manager von Mainzloh 5. Sie unterstützen die Aktion Leser helfen der Allgemeinen Zeitung. In diesem Jahr geht das Geld an das Mainzer Tierheim. Haben Sie denn eigentlich ein Tier? Nein, ich habe keins mehr, aber ich hatte sehr, sehr viele Jahre, 14 oder 15 Jahre einen Schäferhund. Und bevor ich den bekommen habe, war ich das Öftere, muss ich sagen, auch im Tierheim, weil ich mich da mehr umgeschaut habe nach einem Hund. Ich habe ihn dann zwar woanders herbekommen, aber ich muss sagen, das ist eine Sache, wo man helfen soll, helfen muss. Weil ich glaube, dafür viel zu wenig gemacht wird. Deswegen war das gar keine Frage, wenn ich ein klein wenig dazu beitragen kann, dass da was zusammenkommt, dass ich das gerne mache. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.